hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video bei uns auf dem kanal wir wollen uns heute mal das windows insider programm anschauen was ist das wie komme ich da rein wie komme ich da wieder raus und welche vorteile habe ich davon das ganze nach einem kurzen intro was ist denn das windows insider programm jetzt eigentlich das windows insider programm ist ein programm dem jeder beitreten kann es gibt bestimmte bedingungen aber das gucken uns nachher noch mal ganz genau an und in diesem windows insider programm bekommt ihr updates für euer windows schon vorab das heißt ihr könnt funktionen schon nutzen die andere noch nicht nutzen können und ihr könnt auch microsoft entsprechend feedback geben ob diese funktion sinnvoll ist ob ihr euch die stört ob ihr die noch anders haben wollen würdet ob microsoft immer darauf hört ist natürlich eine andere sache je nachdem wie viele leute das gemeldet haben wenn ihr der einzige seite jetzt sagt auch ne ich hätte den knopf lieber links anstatt rechts dann wird microsoft wahrscheinlich nicht unbedingt darauf hören aber ihr könnt halt eben so bestimmte funktionen schon vorab nutzen was relativ cool ist gerade wenn euch etwas fehlt oder wenn microsoft wirklich manchmal ganz coole sachen neu rausbringt wo ihr sagt auch mensch das würde ich jetzt aber schon gerne nutzen dann ist das windows insider programm dafür perfekt geeignet das problem beim windows insider programm ist dass es teilweise natürlich vorab version sind das heißt diese sind halt auch manchmal etwas buggy das bedeutet es können fehler auftreten das bedeutet es kann sein dass euer pc nicht mehr hoch fährt das heißt das ist aber auch tatsächlich der schlimmste fall dass ihr da eine wiederherstellung machen ist dafür gibt es aber auch bestimmte kanäle im windows insider programm die schauen uns nachher auch noch mal ganz genau an wo ihr das risiko entsprechend minimieren könnt es kann immer mal sein dass microsoft halt funktionen in windows einbaut die schon an die insider raus gibt und dann aber später merkt auch das kommt nicht gut an oder ja die funktion gefällt uns so doch nicht dann kann es auch sein dass funktion wieder rausfliegen das ist immer so eine geschichte beim bei diesen vorab version aber an sich ist es schon ein ganz cooles programm man muss sich aber halt eben bewusst sein dass es zu fehlern kommen kann aber wir schauen uns gleich noch mal an wie wir dieses risiko minimieren können und jetzt wollen wir uns mal anschauen wie wir dem windows insider programm beitreten können jetzt hier mein windows 11 und gehe hier einmal auf die einstellungen und gehe dann hier und auf dem menüpunkt windows update hier haben wir dann hier unten den punkt windows insider programm da können wir einfach drauf gehen und in meinem fall bekomme ich jetzt hier gleich mal den hinweis um dem insider programm beizutreten muss ich die optionalen diagnose daten aktivieren damit microsoft eben besser auswerten kann wie windows genutzt wird welche fehler windows bringt das kann man ganz einfach tun indem wir hinten auf diesen punkt drücken es kann übrigens auch sein als dieser hinweis bei euch gar nicht angezeigt wird weil ihr das sowieso schon von vornherein auf entsprechend eingestellt habt so hier können wir jetzt sagen optionale diagnose daten senden da müssen wir hier den haken einmal auf einstellen das heißt die erforderlichen und die optionalen diagnosen daten werden gesetzt gesendet an microsoft microsoft beschreibt das so schön wir möchten damit die erfahrung von windows verbessern und probleme schneller beheben gut das haben wir jetzt gemacht jetzt gehen wir hier noch mal auf windows insider programm und jetzt können wir hier auf erste schritte gehen jetzt ist es so dass ich ein lokales konto das seht ihr auch hier oben in der ecke ich habe ein lokales konto für windows 11 genutzt das geht nicht wenn ihr dem insider programm beitreten möchte müsst ihr ein microsoft konto haben das könnt ihr hier einfach dann verknüpfen da sucht ihr euch aus was für ein konto ihr habt meistens wahrscheinlich ein ganz normales microsoft konto haben habt ihr noch keins legt euch das kurz an ja und dann meldet ihr euch ja einfach an das mache ich jetzt mal fix und dann sehen wir uns gleich wieder so wenn wir dann das konto verknüpft haben unser microsoft konto dann haben wir jetzt die auswahl des insider kanals das ist das wovon ich vorhin gesprochen habe es gibt drei kanäle die wir zur auswahl haben da gibt es einmal den dev channel das ist wirklich ein ganz ganz früher entwicklungsstand und da kann es tatsächlich häufiger zu fehlern kommen und die stabilität eures systems kann halt eben beeinträchtigt sein das heißt es kann mal abstürzen wie auch immer dann gibt es den beta kanal das sind das ist da sind die bilds die da rauskommen diese version von von dem windows schon etwas jahr weiter und reifer es kommt weniger zu ab der zu fehlern kann man nutzen ich persönlich bevorzuge aber den release preview channel zumindest auf den rechnern die ich fest habe auf meinen virtuellen maschinen da kann ich halt eben einfach in den dev channel gehen das ist wurscht wenn er mal abstürzt weil das nutze ich nur um dann videos aufzunehmen und sachen zu testen aber wenn ihr jetzt sagt okay ich gehe lieber auf nummer sicher wobei man auch dazu sagen muss auch im release preview channel können fehler auftreten das darf man immer nicht vergessen aber hier ist es tatsächlich eine version die wirklich kurz davor steht für alle veröffentlicht zu werden das heißt die ist wirklich relativ stabil was das angeht deshalb wählen wir jetzt hier mal den release preview channel es gibt auch die möglichkeit das später jederzeit zu ändern wenn ihr jetzt sagt okay release preview läuft bei mir wirklich super aber hey ich würde das gerne mal ausprobieren mit dem beta kanal dann könnt ihr auch einfach später noch in den beta kanal wechseln wie gesagt dev channel ist sehr sehr früh und würde ich euch tatsächlich nur auf virtuellen maschinen wenn überhaupt empfehlen wir gehen jetzt in den release preview channel drücken einem auf weiter wie ihr seht entfiehlt microsoft übrigens den beta kanal da hier euer feedback noch den größten einfluss hat das ist klar wenn ihr den release preview kanal nimmt ist es halt eine version die fast fertig ist und dementsprechend wird da auch nicht mehr viel geändert also wenn ihr wirklich noch mitreden möchtet dann nutzt den beta kanal hier sind die updates auch schon von vorher von microsoft geprüft worden dass sie wirklich auch die chance hätten auf den release preview channel zu kommen also auf diesen kanal und wie gesagt risiko ist trotzdem da und das risiko ist auch hier höher aber hier könntet ihr noch ein bisschen einfluss darauf nehmen so dann bekommt ihr noch mal die verträge angezeigt die vereinbarung mit microsoft die datenschutzbestimmung etc da gehen wir einmal auf weiter und jetzt ist es so dass ihr einmal den pc neu starten müsst und dann seid ihr tatsächlich schon windows insider wir starten jetzt einmal neu und dann sehen wir uns gleich wieder so und wenn dann euer rechner neu gestartet ist seid ihr mitglied im windows insider programm also herzlich willkommen wenn ihr jetzt auf die einstellung geht und dann noch mal unter dem menüpunkt windows updates und jetzt auf nach updates suchen dann wird euch hier jetzt die windows insider preview angezeigt nämlich die nächste version die jetzt von windows 11 kommen wird so wenn ihr jetzt sagt okay ich habe jetzt irgendwie gar keine lust mehr auf dieses insider programm weiter kommen mir die updates viel zu häufig denn das ist auch bei den windows insider programm so dass ihr halt eben regelmäßige updates erhaltet als jetzt einmal im monat die regulären erwartungsupdates die microsoft rausgibt das kann natürlich manchmal störend sein dann geht ihr einfach hier noch mal auf das windows insider programm unter windows update und dann könnt ihr hier sagen erhalten von vorab version beenden so dann könnt ihr die registrierung hier aufheben oder ihr könnt das auch sofort aufheben wenn ihr hier nur den haken setzt dann erhaltet ihr für die version die er gerade installiert habt also eure vorschau version weiterhin updates so lange bis die version die er gerade drauf habt offiziell raus geht an alle die wird dann bei euch installiert und dann seid ihr raus aus dem programmen wenn ihr jetzt aber sagt okay ich will da sofort raus dann müsstet ihr hier unten in den drauf drücken und ihr seht das hier schon um auf diesem gerät keine insider version mehr zu erhalten müssen sie das neueste release von windows komplett neu installieren hinweis diese option löscht alle ihre daten und installiert eine neue kopie von windows von daher habt ihr also wenn ihr jetzt sagt okay ich muss mein rechner sowieso neu installieren dann könnt ihr diesen punkt nehmen aber wenn ihr jetzt sagt nee ich würde meine daten schon ganz gerne behalten dann einfach hier den haken setzen und schon seid ihr ja nicht raus aus der aus dem release oder aus dem insider programm sondern ihr seid halt noch drinnen so lange bis ihr dann die nächste version bis die nächste version dann veröffentlicht wird der vorteil ist halt eben auch ihr bekommt trotzdem immer noch updates das heißt sicherheitsupdates und etc bekommt ihr für eure version auf jeden fall so lange bis halt eben dann die nächste offizielle version kommt das kann je nachdem welchen stand ihr jetzt aktuell habt natürlich auch noch ein bisschen dauern das heißt ihr seid dann immer noch eine weile im insider programm drin aber ich würde euch dann empfehlen hier einfach diesen haken zu setzen und dann seid ihr halt eben mit der nächsten hauptversion raus in der regel kommt ihr alle halbe jahre mindestens aber einmal im jahr alles in allem ist das insider programm eine interessante geschichte die microsoft uns hier anbietet wir können halt eben die funktion schon vorab testen und können halt eben bestimmte sachen schon vorher nutzen das ist manchmal ganz cool wie gesagt es gibt sachen die dann da released werden ich werde auch versuchen regelmäßigen video rauszubringen mit den neuen funktionen und je nachdem könnt ihr ja dann auch sagen okay die funktionen sind cool die würde ich gerne nutzen dann könnt ihr sie nutzen indem wir dann hier diese anleitung folgt und in den ins windows insider programm geht so viel von mir wenn ihr irgendwelche fragen habt dann könnt ihr das wie immer gerne in die kommentare schreiben und ansonsten hoffe ich sehen wir uns beim nächsten video wieder macht's gut bis dann tschüss euer david von meinniger punkt d